Servus Leute, Cashfreak ist back und ich bin heute mal wieder nicht im Stream am Start, weil ich ein absolut schlechtes Time-Management habe. Aber falls ihr das gerade seht, sollte ich theoretisch live sein. Und wenn nicht, dann ja, Pech gehabt. Wir reagieren heute auf den Abschnutz von Netflix und Co. vom lieben Klängern. Ähm, oha, erstes Mal dunkles Design, Beleuchtung wie im Kino? Oh ja, das ist voll cool, oha. So, let's go. Heute geht es um ziemlich schlechte Filme, Milliardenverluste und vielleicht sogar das Ende von Streaming. Los geht's. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich mag den Klängern voll, der hat immer so gute Laune. Alle kennen und lieben ja Online-Streaming. Wie toll ist das? Du sitzt zu Hause, weißt nicht, was du machen sollst und klickst einfach eines von diesen wunderbaren Icons an und eine Fülle von Filmen und Serien kommt dir entgegen. Nur habe ich das Gefühl, und da wollte ich heute mal mit euch drüber reden, dass es irgendwie gar nicht mehr so geil wie früher ist. Ich habe ja mit Tenendo zusammen einen Filmpodcast, 42, Link dazu in der Videobeschreibung, kann ich sehr empfehlen. Und gerade da ist mir diese Thematik auch immer mehr aufgefallen. Einige Punkte, die dazu führen können, dass wir sagen, okay, früher war das mal geil, aber heutzutage, nee, lass mal. Denn früher hatte man ja nur die Möglichkeit, wenn man Filme oder Serien gucken wollte, sich eine DVD oder eine Blu-ray zu kaufen. Doch dann kam Netflix und man konnte monatlich alles... Das ist crazy, oder? Also ich habe früher... Ich schaue die ganze Zeit da hin, weil ich erwarte hier meinen Chat, aber bin ich gar nicht live. Ich habe das einmal oder so gemacht oder zweimal gemacht, aber halt fast den mit meinem Onkel, ne? Also ich bin da... Ich schaue die ganze Zeit da runter, ich muss aufhören, da runter zu schauen. Weil da ist mein zweiter Bildschirm. Ich habe mir ein- oder zweimal so mit meinem Onkel eine CD ausgeborgt, ne? Ausgeborgt und die musstest du dann so wieder zurückgeben und so. Also es ist ur-crazy, ur-vintage, sowas kannst du dir halt gar nicht ausdenken. Das ist halt so ähnlich wie diese... Ich weiß nicht, ob es das nur bei uns gibt. Also bei uns oder halt in Richtung Wien so Automaten, wo du dir Bücher rausnehmen kannst. Aber du musst halt ein anderes Buch reingeben oder irgendwie so. Keine Ahnung, finde ich auch cool, aber... Naja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, warum er der Meinung ist, dass Netflix und so jetzt nicht mehr so zieht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wegen den Preisänderungen und so... Genauso wie bei DAZN haben sich auch ultra viele Leute aufgeregt, dass die Preise jetzt höher sind. Ja, schauen wir. Es gucken. Und dann haben andere gemerkt, dass sie damit auch Geld verdienen können. Und es sind mehr und mehr und mehr Streaming-Dienste auf den Markt gekommen. Und da ist schon das Problem Nummer 1, wenn man alles gucken möchte, ist das extrem teuer. Das Ziel war ja eigentlich ein monatliches Abo anzubieten, dass man halt viel gucken kann, für wenig Geld. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Es gibt natürlich Netflix, da kostet das Standard Abo 12,99 im Monat. Dann gibt es Amazon Prime, da kostet das Prime Abo 8,99. Disney Plus kostet ebenfalls 8,99. Wow Film und Serien, was früher Sky war, kostet 14,98 Euro. Was? Sky heißt Wow? Na, ist ein Blödsinn. Ich habe Sky. Ich habe die Sky-App auf meinem Handy, was lauter. Apple TV Plus kostet 6,99 Euro. Ja, Sky. Paramount Plus 7,99 Euro. RTL Plus 4,99 Euro. Ja, und DAZN? Wenn ihr noch Sport sehen wollt, DAZN für 24,99 Euro. Ja, was für eine fucking Frechheit. Sorry, dass ich das sage, aber ich habe Sky. Ich will mir original eine Mannschaft anschauen, ja. Ich will mir original eine Mannschaft anschauen. Vielleicht hier und da mal so das ein oder andere extra Match. Und dann habe ich Sky und zahle, wie viel hat er jetzt gesagt? Irgendwie 12 Euro oder 13 Euro. Aber jeden Samstag oder so müsste ich dann theoretisch nochmal 25 Euro im Monat raushauen. Fix nicht. Fix nicht. Da habe ich meine illegalen Streaming-Services. Und da gönne ich mir dann jeden Samstag schön das Match. Damit die, sorry, ja sorry, aber 25 Euro für quasi ein DLC. Das ist ein DLC für mich. Und da sind noch nicht mal solche Sachen wie Magenta TV oder Lionsgate Plus drin. Wenn ihr diese Sachen alle haben würdet, um tendenziell erstmal alles gucken zu können, was da ist, zahlt ihr über 90 Euro im Monat. Das ist verdammt viel Geld. Und vor allen Dingen ist das teilweise echt viel Geld für die Qualität, die man da bekommt. Darüber reden wir aber gleich. Aber man hat es schon so ein bisschen mitbekommen. Es gibt ein zweites großes Problem bei Streaming. Es ist mittlerweile mit so vielen Anbietern unfassbar unübersichtlich. Es gibt Apps dafür, die dir extra sagen, wo du welchen Film und welche Serie gucken kannst. Weil du bei 37 Streaming-Anbietern überhaupt erstmal durchblicken musst. Früher hattest du nur Netflix. Fertig. Heutzutage musst du erstmal 20 Minuten recherchieren, wo kann ich welchen Film gucken, wer hat gerade die Rechte. Gibt es den Film da überhaupt noch oder ist er in der Woche wieder rausgenommen? Ja, das ist das Blödeste, wenn du einen Film, wenn du weißt, dass der Film auf Netflix ist und dann ist er einfach nicht mehr drauf. Bombe. Aber ich muss auch sagen, so Netflix allein reicht mir eigentlich. So Netflix und Sky. Und halt, ja gut, The Zone würde ich auch gerne noch haben. Aber das ist mir halt einfach nicht wert für 25 Euro nochmal extra in Monaten, damit ich noch mehr sehen kann. Wobei, ich würde, ja, keine Ahnung, aber Disney Plus, RTL Plus, dieses Wow und so, wer braucht das halt alles? So, wie viel kannst du konsumieren? Plus du hast ja dann auch noch solche Plattformen wie YouTube, wo halt einfach for free oder Twitch, wo dann einfach for free Content hochgeladen wird. Ich glaube, das ist genug Entertainment, so ich müsste keine 90 Euro ausgeben im Monat dafür. Ich fiel an einem meiner Lieblingsfilme, nämlich The Wolf of Wall Street. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und den gucken möchte, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich diesen 179 Minuten langen Film bei Netflix im Abo gucken. Keiner weiß zwar, wie lange der da noch drin ist, aber aktuell geht das. Ich kann den aber auch aktuell bei RTL Plus gucken. Allerdings ist er da nur 173 Minuten lang, also 6 Minuten fehlen. Ich kann den aber auch, wenn ich möchte, bei Rakuten TV gucken. Da ist er sogar 2 Minuten länger als bei Netflix. Junge, was zum Fick ist Rakuten TV? Vielleicht habe ich diese Anbieter aber auch nicht oder es ändert sich wieder irgendwas. und plötzlich ist er nicht mehr verfügbar. Dann kann ich mir den zum Beispiel auch einfach ausleihen, wenn ich den einmal gucken möchte. Zum Beispiel bei Prime. Da kostet er in der SD-Qualität 3,99. In der HD-Qualität kostet er allerdings 1,99. Hm, welches Angebot werde ich mir da wohl holen? Bei Sky kann ich mir den... Wie kommt man dazu? Von was wird da weggeschnitten von den Minuten? Wird da irgendwie die Credits? Oder irgendwelche... Ach, Digga, ich habe keine Ahnung. Aber wie kommt man halt wirklich dazu? Ebenfalls ausleihen, nur in der HD-Version, allerdings für 3,99. Dafür bekomme ich bei Sky auch 7 Minuten weniger Film als bei Amazon. Vielleicht sage ich aber auch, ey, ich möchte den so oft gucken, ich finde den so geil, ich kauf mir den einfach. Auch das kann man... Ich kauf mir einfach alle. ...machen, kostet eigentlich überall digital, 9,99. Das Beste wäre ja, wenn er in der SD-Qualität eine andere Dauer hätte, als in der HD-Qualität. Das wäre dann Bombe. In der HD-Qualität. Also, außer bei Google Play, da kostet der nur 8,99. Und da ist auch FSK 18. Oder bei Microsoft, da kostet der sogar 11,99. Ich meine, aber dafür kriegt man bei Microsoft auch die FSK 18-Version. Ich meine, die gibt es bei Amazon Prime oder Netflix zum Beispiel nicht. Bei Apple allerdings schon. Da ist der Film aber nochmal eine Minute länger als bei Microsoft. Oder, ja, oder ich kauf mir einfach die Blu-Ray dazu. Weil die ist günstiger als jede digitale Version. Und zwar neu. Wenn ich die nämlich gebraucht kaufe, ist sie nochmal günstiger. Ihr merkt, um einen Film zu gucken, in tausend verschiedenen Varianten, bei tausend verschiedenen Anbietern, muss man eigentlich studiert haben oder sehr viel Zeit. Also nicht um den Film zu gucken, sondern um herauszufinden, welche Version wo am besten geguckt werden kann. Und das war nur ein Film. Stellt euch vor, am nächsten Tag wollt ihr einen anderen gucken. Und das ist ein sehr großes Problem in den Streaming-Diensten. Weil jeder irgendwie einen eigenen aufmacht, sichert sich natürlich auch jeder die Rechte für seine Filmsachen. Früher konnte man halt bei Netflix neben Disney-Filmen und Filmen von Paramount auch noch Warner Brothers Filme gucken. Wenn jeder natürlich jetzt seine eigenen Sachen macht, dann sichern die sich auch ihre Sachen für ihre Plattform exklusiv. Was bedeutet, dass einige Anbieter wenig Content zur Verfügung haben. Und das bedeutet Eigenproduktion. Yes! Denn man muss den Menschen ja jeden Monat einen neuen Grund dafür geben, das Abo nicht zu kündigen. Aber ich muss sagen, Netflix hat sehr gute Eigenproduktionen. Ich weiß gerade nicht, welche so, weißt du, welche gerade so eigens von Netflix sind oder so. Aber halt, das sind, ich habe viele gesehen. Ich habe wirklich viele gesehen. Ich habe nur jetzt keine Ahnung, welche da eigens von Netflix produziert worden sind. Von Amazon Prime habe ich nicht so eine Ahnung. Weil ich habe es halt nicht. Weil wie gesagt, Netflix reicht mir eigentlich. Plus, das mit den Eigenproduktionen finde ich sehr geil. Weil es ist ja zum Beispiel auch bei Playstation und Xbox so. Ist zwar jetzt was anderes, aber theoretisch kann man es vergleichen. Weil du hast halt, keine Ahnung, da Exklusivrechte bei dem Spiel. Das gibt es nur für Playstation. Und das Spiel, das kannst du auf beiden Plattformen spielen. Aber das DLC gibt es nur für Xbox oder sowas. Und das hat mich halt immer angepisst. Weil, Bruder, ich hole mir doch nicht eine andere Konsole wegen einem Spiel. Aber halt so bei Netflix und so, da kannst du halt, das kostet dich ein paar Euro. Da kannst du das Abo kündigen von mir aus, wenn du unbedingt so die Serie schauen willst. Oder du holst es dir halt extra dazu für einen Monat und sucht es die Serie dann halt durch. Sucht es durch in einem Monat. Weißt du, holst es dir für zwei Tage und so und sucht es die Serie durch. Und man abonniert jetzt Disney Plus auch nicht unbedingt, damit man achtmal in der Woche König der Löwen 3 gucken kann. Also ich schon, aber manche andere nicht. Man muss also jeden Monat weiterhin neue interessante Sachen rausbringen, dass die Leute sagen, ah, einen Monat lasse ich das Abo nochmal. Das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel Marvel so viele Serien rausgebracht hat in letzter Zeit. Das Problem dabei ist, wenn man gezwungen ist, in kurzer Zeit sehr, sehr viele Inhalte rauszuhauen, leidet ganz oft die Qualität darunter. Ein beliebtes Mittel, um herauszufinden, wie gut Filme und Serien wirklich sind, ist IMDb. Das benutzen wir im Podcast auch regelmäßig und jeder, der möchte, kann sich da anmelden, für den Film oder die Serie voten und dann gibt es am Ende ein Ergebnis, was ungefähr auf Schwarmintelligenz beruht. Und wenn man sich jetzt mal die letzten Marvel-Serien anguckt als Beispiel, sieht das nicht unbedingt so gut aus. Wir haben zum Beispiel Moon Knight, das war noch relativ gut bewertet, mit 7,3. I am Groot war auch nur noch eine 6,7. Miss Marvel war mit 6,2 auch schon gar nicht geil bewertet. Und She-Hulk hatte nur eine 5,2. Das ist ziemlich schlecht. Du hast zwar jede Menge Content, aber so richtig geil... Ja, aber die Dinger wurden ja auch ordentlich gememt. She-Hulk, ich habe generell von dem ganzen Marvel-Zeug, glaube ich, keine Ahnung, aber She-Hulk ist, glaube ich, generell so als Konzept nicht gut angekommen in der Community. Ich verstehe es auch, weil warum macht man einen... Habe ich das richtig verstanden? Ist es einfach Hulk als Frau, ne? Keine Ahnung. Also wenn das jetzt so ist, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum das auch so schlecht bewertet worden ist. Weil warum machst du nicht einfach einen neuen Charakter und machst den weiblich, anstatt einen bestehenden Charakter umzutransformieren? Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. ... ist der auch nicht. Und auf Netflix sieht das Ganze relativ ähnlich aus. Auch die setzen natürlich sehr, sehr viel auf Eigenproduktion mittlerweile. Und ich habe mal gerade geguckt in die Top-Charts der Serien, die aktuell jetzt gerade, wenn ich das Video aufnehme, da sind. Da haben wir unter anderem die Serie Totenfrau, ist auch nur mit 6,8 bewertet. Kaleidoskop ebenfalls nur eine 6,8. Sky Rojo mit 6,5. Und Sexyfy auch mit 6,5. Das ist alles okay, aber so richtig geil auch nicht. Klar, mit so viel Geld, was Netflix in solche Serien steckt, kriegt man zumindest eine gewisse Qualität, was die Produktion angeht. Aber diese Bewertungen zeigen, so richtig begeistert sind die Leute jetzt auch nicht, die sich das angucken. Und das sorgt für eine gewisse Strategie bei Netflix, was ein weiteres großes Problem von Streaming-Diensten ist. Man guckt nur auf die Zahlen. Und gerade Netflix ist da sehr extrem und es gibt viele Beispiele, wo eine Serie rauskam, die eigentlich ganz gut ankam bei den Leuten, die die gut fanden, aber die leider zu wenig geguckt wurde und deshalb nach Staffel 1 eingestellt wurde. Es ist egal, wie gute Kritiken sind, wie gut die Qualität ist, wie gut der kreative Anspruch ist. Zu wenig Leute haben geguckt? Weg damit! Ein sehr gutes Beispiel dafür war in Deutschland die Serie Skylines auf Netflix. Die spielte so im Hip-Hop-Milieu und ist auf IMDb mit 7,5 bewertet, hatte aber leider zu wenig Zuschauer. Sorry, leider keine zweite Staffel. Und das... Aber das ist halt dann auch so zum Beispiel bei YouTube ist der Unterschied, yo, es wird halt automatisch das, das ist wahrscheinlich bei Netflix auch so, Netflix hat sicher auch einen Algorithmus, das, was halt gut aufgefasst wird, ich weiß nicht, wie das auf Netflix dann ist, wahrscheinlich auch durchschnittliche Watch-Time oder du kannst da glaube ich auch so Herzen geben oder so, bei den Sachen, die du magst. Und die Sachen, die halt dann gut bewertet werden oder halt gut aufgefasst werden von der Zuschauerschaft, die werden dann halt mehr promotet. Weil das ergibt halt auch Sinn. Das ist halt genau das, so davon müsste... Also davon müsste Netflix halt eigentlich leben und das ist dann auch komplett egal, wie die Aufrufzahlen halt sind, wenn eine andere Serie bessere Aufrufzahlen hat, aber schlechter performt, dann muss der Algorithmus diese Serie irgendwie zurückstufen und eine andere vorschlagen, weil der weiß, Bro, wenn du dir das anschaust, dann bist du zufriedener, als wenn du dir das vorherige anschaust, was vielleicht mehr Views hat. So und die Leute gehen ja nicht weg von Netflix, wenn du irgendwas vorgeschlagen bekommst, was wirklich Bombe ist, dann schaust du es dir halt an. Keine Ahnung. Das passiert immer wieder. Wenn man im Internet guckt, gibt es ganze... Vielleicht wird das ja auch bezahlt. Vielleicht bezahlen halt auch die Leute, die einen Film machen dafür, dass der halt besser im Algorithmus drinnen ist. Keine Ahnung. Listen von Serien, die bei Netflix nach der ersten oder zweiten Staffel eingestellt wurden. Man geht absolut nur auf Masse, damit die Leute irgendwas gucken, damit sie ihr Abo nicht kündigen. Aber offensichtlich passiert genau das. Netflix hatte jetzt das erste Mal innerhalb von zehn Jahren Abos verloren. Dieser steile Anstieg an Abonnenten ist abgebremst worden. Und als die Prognosen und die Zahlen verkündet wurden, ist die Netflix-Aktie um 35% abgestiegen. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass sie jetzt teurer geworden sind. Na plus, das habe ich ganz vergessen, die wollten ja, oder wollen sie immer noch, keine Ahnung, das so machen, dass du nur pro Haushalt, wie ist denn das gewesen, dass du das Abo nur innerhalb von einem Haushalt sharen kannst, irgendwie mit der IP-Adresse oder so. Bruder, das ist so uncool. Also wenn das passiert, dann kündige ich einfach mein Netflix-Abo. Das wird bei allen anderen Leuten genauso sein. Vor allem jetzt hast du halt eine Alternative. Früher hast du nicht, aber ich kündige Netflix, weil interessiert mich nicht mehr. Jetzt hast du Amazon Prime. Bruder, Amazon Prime ist ein sauguter Streaming-Dienst für 9 Euro. Das ist viel billiger als Netflix und die machen nicht so einen Blödsinn. Deswegen, wenn Netflix mir wirklich, wenn ich ein bisschen über dieser Grenze bin, dann bin ich weg, Bruder. Und das passiert anscheinend gerade. Das ist ziemlich viel Verlust für dieses Unternehmen. Wir sind da schon in Milliardenbereichen. Mittlerweile gingen die Zahlen bei Netflix wegen der Wednesday-Serie und der Prinz-Harry-Doku wieder ein bisschen hoch. Aber es wird sich zeigen, wie lange diese Strategie noch funktionieren wird. Oder ob die Leute, statt irgendwas zu gucken, lieber auch mal, was Gutes gucken wollen. Und große Probleme hat zum Beispiel auch Disney Plus, die ja versucht haben, extrem Marktanteil zu gewinnen gegenüber Netflix. Das ist crazy, oder? Marktanteilentwicklung? Ich meine, Prime ist genauso groß wie Netflix. Circa. Bruder, das hätte ich nicht gedacht. Vor allem halt auch konstant, ne? Disney Plus wächst auch, okay. Sky irgendwo da unten, sehe ich ein. Sky ist halt nur, aber es hat nicht so eine große Audienz. RTL Plus, gut. Sonstige, Apple TV Plus. Aber das Prime schon so groß ist wie Netflix. Gut, da wird Prime safe. Da wird Prime safe die Zukunft sein und Netflix die Vergangenheit. Netflix. Die gewinnen zwar aktuell immer noch gut, Mitglieder und Abos. Aber die Abteilung, wo auch Disney Plus drunter fällt, hat aktuell 1,5 Milliarden Verlust gemacht. Weil die so extreme Kosten dafür haben, weil die einfach auf Masse raushauen und raushauen, um irgendwie auf diesem Markt bestehen zu können. Mittlerweile hat man gesagt, ah, ich glaube, wenn man so guckt, so ganz viel Geld haben wir auch nicht mehr. Damit man da rauskommt, wurde jetzt ein harter Sparkurs beschlossen. Es werden keine neuen Leute mehr eingestellt. Stattdessen werden noch Leute entlassen. Und auch der Chef von Disney ist dann besser mal zurückgetreten. Und gerade bei Disney hat man noch ein ganz anderes Problem, was Streamingdienste aktuell ebenfalls haben. Und ich habe gemerkt, dass mich das selber auch betrifft. Neue Filme, die irgendwie aus dem Hause Disney produziert werden, sei es Disney-Pixar-Filme, Marvel, Star Wars oder sonstige Sachen, kommen sehr schnell auf Disney Plus. Wenn man das jetzt aber weiß, wenn ein großer Kinofilm rauskommt und man weiß, okay, in ein paar Wochen ist der eh schon da für mich zu Hause im Abo, warum soll man dann ins Kino gehen? Und das finden auch die Kinos scheiße. Die sagen nämlich... Also ich finde es, also ins Kino zu gehen ist schon eine andere Experience. So obviously, es ist auch irgendwas, was du halt machst. Es ist irgendwie... Der Tag fühlt sich produktiver an, wenn es Sonntag... Oder Sonntag, keine Ahnung, wenn es Samstag ist und du machst den ganzen Tag nichts und am Abend gehst du ins Kino und schaust den Film an, der dauert zwei Stunden, dann fährst du wieder heim und so. Dann ist irgendwie... Dann hast du was gemacht, weißt du was ich meine? Also es ist schon cool, aber es ist halt wirklich so, warum soll ich mir den jetzt anschauen, wenn er eh bald... Wenn ich ihn bald in meinem Streaming-Service inkludiert habe, wofür ich eh zahle. Ey Bro, wir hängen hier Werbung für euch auf, ja? Wir bieten euch eine Bühne, damit Leute euren Film kennenlernen, wir blocken Seele für euch, weil ihr das wollt, damit sich die Leute den Film angucken und die kommen halt nicht, weil die sich den zu Hause angucken. All das, was jetzt zusammengefasst wurde, sind sehr, sehr große Probleme, die die Streaming-Branche gerade hat. Aber es gibt auch so ein bisschen Hoffnung beim Streaming. Denn wer das zum Beispiel nicht so macht, wer eine ganz andere Strategie fährt, nämlich eher auf Qualität statt Quantität setzt, ist Apple TV+. Die sind mittlerweile immer wieder durch so kleine, sehr gute Originals aufgefallen. Pachinko ist zum Beispiel auf IMDb mit 8,4 bewertet und wurde für einen Emmy nominiert. Severance ist mit 8,7 bewertet und hat sogar einen Emmy gewonnen. Und Ted Lasso ist mit 8,8 bewertet und hat insgesamt elf Emmys bisher gewinnen können. Offensichtlich, wenn man möchte, kann man doch gute Sachen produzieren. Und vielleicht ist es auch ein bisschen smarter, besser gute Sachen zu machen, als einfach nur viel. Ja, hundertprozentig. Es gibt halt safe so eine gewisse Audienz. Du musst halt unterscheiden, was ist so der durchschnittliche Zuschauer von Netflix oder von Amazon Prime. Der durchschnittliche Zuschauer wird sich wahrscheinlich, keine Ahnung, einmal am Tag, wenn überhaupt, wieder einschalten und wird sich vielleicht einen Film anschauen oder ein, zwei Folgen von der Serie und das war's halt. Und dann gibt's halt auch Leute, die schauen jeden Tag drei, vier Stunden Netflix oder halt lassen es nebenbei laufen oder sonst was. Für die ist halt natürlich optimal, wenn du halt mehr hast, mehr Content, aber auf Netflix ist sowieso so viel Content. Du wirst niemals auslaufen an Content, nicht mal in deinem eigenen Genre, das du dir gerne anschaust. Deswegen kannst du ja den Fokus darauf legen, dass du einfach qualitativ hochwertigen Content machst. Das ist so, wie wenn du deinen YouTube-Kanal betreibst. Ja, du machst hin und wieder mal gute Videos und dann zwischendurch ballerst du lauter Müll raus, einfach nur, damit du genug Content hast, den die Leute aufsaugen können. Das ist nicht spannend. Das will keiner. Das will keiner. Vor allem hast du dann diese Erwartung, dass halt die nächste Serie, der nächste Film halt gut ist und dann kommt dieser Drecks-Content und dann schaust du dir aber nicht den guten Film oder die gute Serie an, weil du dir erwartest, ja, jetzt kommt wieder der Drecks-Content und dann kündigst du dein Abo und dann gehst du zu Apple Plus oder was auch immer. Es wird sich zeigen, wie es sich weiterentwickelt, aber ich muss sagen, ich gucke mir lieber eine sehr geile Serie an als drei Sachen, die eher so okay sind. Vielleicht bin ich auch nicht ganz der Maßstab dafür, weil ich nebenbei nicht am Handy chille, wenn ich Serien oder Filme gucke. Und auch nur so kann ich mir manche Bewertungen erklären von Sachen, die noch viel schlechter waren, als sie bei IMDb bewertet wurden. Über manche Filme möchte ich gar nicht anfangen, dafür gibt es den 42-Film-Podcast. Aber vielleicht ist es mal eine Maßnahme, dass man wieder den Blu-ray-Player rauskramt und sich ein paar Gebrauchte holt oder auch mal ins Kino geht. Ist auch ganz geil. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu der ganzen Thematik. Gerne unten in die Kommentare rein. Sagt ihr, ach komm, ich chill sowieso nebenbei am Handy, mir ist scheißegal, was da läuft. Oder geht ihr doch lieber ins Kino, guckt ihr lieber Serien da oder da. Gerne unten rein. Ja, das Ding ist halt, du kannst ja auch, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, Breaking Bad habe ich zwei oder dreimal gesehen. Rick and Morty habe ich mir zweimal angeschaut. Es gibt so, oder, ähm, äh, Brooklyn, nein, 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 das habe ich mir nicht zweimal angeschaut. Aber halt so, die Anfang, egal, es gibt halt Serien, die sind einfach so gut, die schaust du dir, du schaust dir lieber die gleiche Serie, alles, was du schon einmal gesehen hast, schaust du dir lieber nochmal an, anstatt, dass du dir etwas Neues anschaust, was vielleicht, na, schlechter ist, als, ja, keine Ahnung. Also, es ist schade, dass so viel auf Masse, also so einen großen Wert auf Masse gelegt wird, anstatt wirklich auf qualitativ hochwertigen Content. Ähm, aber ja, siehst du ja, was du davon hast.